Musik 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 Und aktuellen Welt, eine Zu-Kolse. Das heißt, dass die Religion sozusagen in das politische Leben hineinspielt und das, wie wir ja alle sehen und wissen, eigentlich nicht gut ist. Das ist nicht gut, in der Liebe. Das ist nicht richtig. Das ist nicht die erste Welt und die dritte Welt, sondern das ist Europa. Also Input-Expo zeigt Westeuropa und Osteuropa und zeigt eigentlich ein Bild über das heutige Europa. Und Input-Expo ist in der Ukraine gedreht und in Österreich gedreht, aber letztendlich ist es beispielhaft für viele andere ähnliche Zustände und Unstände, die in Europa stattfinden. Das heißt, Menschen müssen Wege machen oder müssen auswandern, um Arbeit zu bekommen. Menschen müssen sozusagen, um ihre Würde zu erreichen, einfach werden entwurzelt. Ich glaube, da geht es nicht um Werte, da geht es rein ums Geld. Das ist sozusagen die kapitalistische Systeme, das das vorgibt. Also es gibt nicht dort Arbeit zu schaffen, wo Leute wohnen und Arbeit brauchen, sondern Arbeit wird dort geschaffen, wo sie am profitabelsten ist und Menschen müssen dorthin gehen. Und die Menschen sind diejenigen, die zu erreichen, die zu erreichen werden. Wie creierst du, dass dieses Problem mit den Migrationsströmen sich an die neue Konformation der Länder verabschiedet wird? Es passt an die neue Aufteilung der Länder heutzutage. Also was der Panorama ist. Es wird sich verschärfen, es wird immer weitergehen. Es wird immer weitergehen. Es wird immer mehr aggro, immer mehr aggro, und immer weitergehen. Also wir brauchen ja nur sehen, also Leute, die jetzt aus Afrika kommen, die kommen aus jungen Staaten. Europa sind veraltende Staaten oder Gesellschaften, also europäische Gesellschaften sind immer älter werdende Gesellschaften. Und die, die kommen, die wollen etwas, die wollen leben und die haben nichts zu verlieren. Und wenn man nichts zu verlieren hat, bekommt man. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das kann man wieder so oder so beantworten. Ich glaube, es wäre zu einfach gesagt, dass die Gesellschaft den Menschen schlecht macht. Auf der anderen Seite sehe ich schon, dass der Mensch des Menschen wohlfurch ist. Ich habe keinen Punkt, den ich hier sozusagen in den Mittelpunkt stelle, sondern ich versuche mit meinen Filmen ein Spiegelbild. Ich sehe unsere Gesellschaft zu zeigen. Ich sehe meine Filme als so etwas wie Sittengemälde, die jetzt nicht werten in dem Sinn, dass sie die Schlechten und die Guten oder die Schuldigen und die Unschuldigen ausmachen und die Opfer und die Täter, sondern die den Zuschauern ein Spiegelbild zeigen und der Zuschauer muss sich selber darin sehen und wiederfinden. Der Zuschauer sozusagen muss eigentlich sehen, dass er auch ein Teil dieser Gesellschaft ist und dass er genauso verantwortlich ist für diese Gesellschaft, die ihm hier gespielt wird. Das kann ich nicht feststellen. Also was ich feststellen kann, es gibt natürlich Zuschauer in anderen europäischen Ländern, die meine Filme zu einfach verstehen, indem sie sagen, ah, das ist Österreich. Und das ist natürlich zu kurz gegriffen, weil meine Filme könnten auch in Deutschland, in Frankreich oder in einem ganz anderen westlichen Land gedreht werden. Aber das ist eben so, selber ist man immer, sieht man die eigene Wahrheit nicht gerne. Ja, das ist nicht wirklich, sondern das Lausage auf dem anderen. Ich bin so, selber in der Lagerung vor, wenn es in der Lagerung vor, weil die importanten Schulen des Zirphalives zuen, und das ist auch, als Kollegen, als Teil der Partei und die Cause die Augen auf den Lagerung vor, die Menschen anstieg aus der Ärztung für den Ausfluss aus dem Häuschen gegen den Häuschen oder für ihre enquäden, Was ist dein Gefühl, dass sich das, was sie mit dem Film machen, völlig falsch interpretiert werden kann? Wie empfinden sie das? Ich glaube, dass ich hier Dinge zeige, die manchen Menschen so nahe gehen, dass sie diese Art von Wahrheit nicht zulassen wollen und können, weil sie sich möglicherweise selber schuldig fühlen, möglicherweise haben sie selber ihre Mama oder Papa oder ihre Oma in einer geriatrischen Station. Sie wollen sich das nicht anschauen. Ich finde, es gibt keinen Grund zu sagen, das darf man nicht zeigen. Wer würde diese Regel aufstellen? Wer würde sagen, was darf man zeigen und was darf man nicht zeigen? Und ich glaube, es geht nur darum, dass ich als Regisseur natürlich die Verantwortung habe, wie ich etwas zeige. Also werde ich den Menschen, die ich darstelle, gerecht in ihrer Würde. Das ist meine Verantwortung. Aber ich finde nicht, dass irgendjemand sagen kann, das darf man und das darf man nicht. Das kann man nicht sagen. Ich meine, wenn Sie das fragen, meine Filme haben vielfach die Basis in der Realität. Also ich schöpfe aus der Realität und wenn die Realität geht, dann in der Inszenierung üben die Fiktion. Also meine Ideen kommen sehr oft aus Beobachtungen aus der Wirklichkeit oder aus eigenen Erlebnissen aus der Wirklichkeit. Und auf der anderen Seite versuche ich in meinen Filmen, Fiktion mit quasi dokumentarischem Umfeld zu kombinieren. Also ein gutes Beispiel, die Geriatrie. In Österreich ist ein Zusammenspiel von Schauspielern mit einem völlig dokumentarischen, echten Umfeld, nämlich der Geriatrie. Und wo echte Leute und echten Patienten sind. Aber auch in der Art und Weise, die, als Dokumentarist, die dies in der Realität geht, ist sehr empatren. Aber zum Beispiel in Dog Days, wo die Narration die Erzählung so aufsplitten, mit welcher Erzählweise fühlen Sie sich am wohlsten? Das kann man nicht so sagen, das ist immer eine Entwicklung, die man selber macht. Also ich habe bis jetzt meine Filme meistens in episodischen Charakter erzählt. Also ich drehe Episoden, Hundstag ist ein gutes Beispiel, Ipodexburg genauso, aber auch schon tierische Liebe oder Models. Dass man einzelne episodische Stränge hat, die man dann miteinander verknüpft. Und das wird zu einer Welt. Und bei meinem neuen Film jetzt, den Arbeitstitel Paradies, habe ich aber sozusagen ein Konzept gehabt, auch mit drei Geschichten, die verknüpft werden sollten. Und jetzt, noch in der langen Schnittzeit, stellt sich heraus, dass es drei Filme werden. Also jetzt kommt plötzlich so zu sagen, gibt es dann drei Filme mit je einer Geschichte. Und dann geht es dann drei Filme mit einer Geschichte. Ja, fehlt eine. Die Gesellschaft auch so eine grausame Autonomisierung. Ich weiß nicht, ob das grausam ist, erstens, zweitens, meine Arbeit hat sich nie orientiert, weder an Jelinek noch an Haneke, schon gar nicht an Hausner, möglicherweise an Thomas Bernhardt, aber es mag einen Grund haben, warum Österreich mit seiner Wirklichkeit sehr hart umgeht. Und das in anderen Ländern so nicht ist. Also vielleicht müsste man sich die Frage umgekehrt stellen, warum gibt es das in anderen Ländern nicht? Weil wenn man in Österreich zum Beispiel Faschistoide Tendenzen ausmacht, so würde ich das in jedem anderen Land auch ausmachen. Ich finde, Bernhardt ist so ähnlich wie in meiner Arbeit sehr hart, auf der anderen Seite mit sehr viel Humor. Und das versuche ich auch immer wieder, sozusagen, den Dingen wahrhaftig auf den Grund zu gehen, aber auch immer wieder mit Humor zu ziehen. Und das ist auch ein bisschen fragmentarisch, oder? Das mag auch sein. Also mir ist halt, Bernhardt einfach nahe, da fühle ich mich verabschiedet. A mir, Bernhardt, ich fühle mich sehr nahe, ich fühle mich sehr nahe. Ich fühle mich sehr nahe. Ich kann, ich könnte Bruno Dumont nennen, der mir gefällt. Ich weiß nicht, ob Sie die Kinder und Franzosen kennen. Und der Französische Brunner Dumont, Brunner Dumont, ja. Bruno Dumont, ja. Bruno Dumont, ja. BIO, wie wir das Thema der Religion und uns erzählt haben, und uns erzählt haben, dass du mit den christlichen Musik und musulmen hast, du hast die Möglichkeit gesehen, »Of the God and Men« von Javier Bobois. Sie haben »Of the God and Men« gesehen von Javier Bobois? Nein, nein. Nein. Vielen Dank.